Diese Übung ist super für den Hüftbeuger und auch für den Rectus Femoris, das ist ein Muskel, der hat mit dem Quadrezept was zu tun und ganz viel mit Rückenschmerzen, unserer Erfahrung nach. Schau, wenn du auf der Couch sitzt, im Sitzen wieder schön verkürzt, rutsch doch einfach runter, leg das Knie auf den Kissen oder auf den dicken Teppichboden und jetzt überstreckst du immer mehr in der Hüfte und du merkst, das zieht hier rein, wo der Hüftbeuger auch verläuft, da merkst du das genau. Eine wunderbare Übung, du kannst weiter deinen Film im Fernsehen gucken und kannst dann nach einer Weile die Seite wechseln und nutzt die Zeit und so machst du aus einem eigentlich unnötigen Fernsehfilm, machst du ein richtig gutes Zeit-Invest.